Oh-oh-oh-oh-oh! 100 Tage sind es noch jetzt in Paris. Wir sind schon in den Startlöchern, nicht eines Kauverwarten. Ich freue mich, zum Teil des Paralympischen Teams Ostreich dabei zu sein. Die Vorfreude ist riesig. Es wird heute richtig geiles Racing. Ich freue mich mega über meine Teilnahme bei dem Paralympischen Spiel. Drückt uns die Daumen und hoffentlich sehen wir uns alle in Paris. Paris, wir kommen! Paris, wir kommen! Paris, wir kommen! Paris, wir kommen! Untertitelung des ZDF, 2020